Ja hallo meine Freunde zur Weiteren der Dying Light Bei uns im Turm hat sich auf jeden Fall jemand verwandelt und wir brauchen jetzt dringend das Antizin Es kann aber nicht wahr sein, dass der Rais uns hier so die Öffnung bewältigen lässt Ich werde auf jeden Fall nicht mit diesem kleinen Pack jetzt mal auseinander beschäftigen Damit ich jetzt mal hier mit der Story bisschen vorankomme Berge, Berge, überall Berge Ich muss da hin, einen Kilometer haben wir Ah hier ist ich jeden Fall Ah hier war ich auch schon Ach Junge Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage Versuche sie zu finden Oder komm gar nicht erst zurück Ich Ich Kann sie ein beliebige Nahkampfwaffe auf gegner um massiv Schadensversuch aus Tippen sie zweimal R3 An um zu zielen drücken sie dann Mhm Mehr Schaden können sie absorbieren Das ist wohl besser jetzt hier Kleinen Umweg machen Ach Junge, Junge, Junge Finden sie den vermissten Patrouille Ich habe diese Patrouille gefunden Etwas hat sie in Stücke gerissen Und mach sie bloß nicht kaputt Sie sind mehr wert als all diese toten Herrsche zusammen Ey was macht die der doch Der zählt auf mich Du sie nachher einen Umschlag mit Du sie nachher einen Umschlag mit Hast du den Umschlag? Nee Noch nicht, einen Moment Junge alter, der beschießt mich hier völlig Ja Mann, es kommt doch alles mit ihm mal aufeinander zu hier Aber der Ausdauer merkst du ja noch nicht Aber der Ausdauer merkst du ja noch nicht Wie machst du denn das mit einem Umschlag? Du bist doch nicht bester? Ja Tatsache, was ist das ja? Scheiße Puls mal ab Ihr seid ja dumm Was ist das denn meine Weile noch inne? Ja Mann, hier war noch inne Komm mal her Ist das schla- Aach Das schlaß klacken kann Ich kann das schlaß klacken Kann das nicht Aber ich kann das nicht Und das schlaß klacken kann Und dann kann das nicht Und dann kann das nicht Ich kann mich da eigentlich knacken, jetzt kommen die nicht mehr so schnell. Hammer. Sehr schön. Medi-Kids. Zwei Medi-Kids. Perfekt. Haben wir den hier noch. Oui. Was hab ich denn einfach? Baseballspieler hierzu? Warte mal, hier kommt auf jeden Fall wieder ein Flugzeug. Diesmal kriege ich das Ding. Wo ist denn der? Soll ich es mit Kriegstasteil? Komm, 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 komm. Wer ist denn das weg? Oh, wie weit ist denn das weg? Scheiße, na lass. Okay. Batterien. Sehr schön. Ich sag, wir machen das jetzt am besten mit dem... Jawoll. Nick Pesto ist wieder im Spiel. Hannah, das wirst du nicht bereuen. Also, bevor wir zum Turm gehen, muss ich noch ein paar Sachen einsammeln. Dann haben wir auch keine Zeit rumzudiskutieren. Wir nach. Schüsse sie nicht. Na, jetzt bestützt sie noch noch. Schüsse sie nicht. Na, jetzt bestützt sie noch noch. Der Ränder nicht weg, Junge. Da rennt voll in die Menge rein. Was? Verdammt. Oh, was? Ach, Mann. Der schützt mich? Oh, Mann. Oh, Mann. Der schützt mich? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. ensicht so der lang, Junge. Oh, oh. Okay, es geht los. Es tut sich bereit. Okay, ich zeig's euch. Es liegt ein Walschmerz. Wir sind hier. Helf dir! Hier gibt es nicht mehr zu wollen. Wir werden auch noch. Oh, Nick, Alter. Da rennt ihr durch die Kante. Ey! Alter! Hey! Wo ist der Nick jetzt? Der Nick! Ich bin hier! Ich bin hier! Nee, ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! zombie und dann der typ oder was ist es jetzt hier ja geil mit mit die Kette. Komm her, Junge. Halleluja! Wie geht denn der ab? Ey, jawoll, ich hab'n. Mann, ich steh' total auf Kämpfen. Dir ist mir schon aufgefallen, dass ich sehr gut daran bin? Ich habe nämlich früher Habkino gemacht. Eigentlich dachte ich, das wär' sowas wie Hip-Hop. Ist aber Kämpfen mit Waffen. Der Sensei warf mich aus dem Kurs, weil er meinte, ich wäre jetzt schon eine Gefahr für alle. Ja, ich bin eine tödliche Waffe und kann jeden in meiner Umgebung rumringen. Gruselig, was? Da ist er ja, der Ring der Macht. Ein Ring, sie alle zu knechten. Okay, cool. Nummer eins haben wir. Fehlen noch zwei. Jetzt kommt mein Pass dran. Ich dachte, ich bräuchte ihn, um nach Aran reinzukommen. Aber nein, man braucht ihn, um rauszukommen. Ich hatte ihn hinten in meiner Hosentasche, aber er war so schwer und er hat mich irgendwann beim Laufen behindert. Also warf ich ihn bei der Bäckerei weg. Ich denke, ich weiß, woher ich. Nick, du gehst mir langsam auf die Nerven, weißt du. Klingeling, ich wünschte, ich bekäme jedes Mal einen Dollar, wenn das jemand zu mir sagt. Na, Junge, weißt mal, jetzt musst du hier von faxen. Wenn er rennt durch Feuer und ich krieg's, oh ne. Ja. Ja, weil er nichts abbekommen hat. Ja. 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 Und der rennt einfach weiter. Was ist das für ein Kloppy, ey. Hä, wo ist denn der Esslern? Warte hoch. Was ist mit dem Typ los? Ja. 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 цийh.